was geht ab freunde herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem youtube kanal wir haben uns hier in unserem wunderschönen podcast raum versammelt um heute über das thema trainings frequenz zu sprechen mit dabei der liebe alex alexikon vermutend auch als dog alex in dunkle zeiten richtig und anna die coach of wolfs aus der schweiz ich hoffe es geht allen gut ich hoffe man hört meinen schweizer dialekt nicht zu sehr und ich hoffe ihr genießt diese podcast episode heute mit dem lieben herrn das schlimme ist wir beide sehen uns auch noch ähnlich nur dass ich noch mehr ausfall aber zu sagen anna die sie doch ein bisschen aus wie harry potter hat tatsächlich ganz klar war so eine runde brille tatsächlich original aus wie so ein junger herr ich muss echt kurz einmal sagen ich werde es zum ersten mal hier drüber über die kopfe und das hört sich so pervers gut an leute okay wir wollen keine zeit verschwenden wir fangen an ich muss einmal kurz sagen was bei mir die letzten zwei wochen abging und dann stellen wir auch in das thema ein und zwar bin ich ja jetzt umgezogen konnte innerhalb von zwei wochen nur viermal trainieren push habe ich tatsächlich das letzte mal vor zwei wochen ungefähr trainiert und bin dann am sonntag ins training gegangen und habe tatsächlich einen neuen pr aufgestellt trotz sehr wenig schlaf viel weniger essen und gestern auch im beintraining dasselbe spiel ich habe in alikanten sechs platten auf der cybex hack für 14 gebeugt und gestern sieben platten für zwölf also auch wieder ein pr und alix du das schon oft das thema angesprochen dass wir wahrscheinlich in der bodybuilding welt ein bisschen zu viel machen zu viel trainieren deswegen habe ich mich dir ich zur seite geholt und anadi derjenige der eigentlich echt was training angeht state of the art ist wahrscheinlich deutlich mehr als ich und ich banause kriegt das erste wort ja die 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 realität ist dass du dass das sich über die ganze zeit diese anecdotal evidence aufgebaut hat dass genau dieses phänomen immer passiert also dass du leute hast die irgendwie entweder sogar krankheitsbedingt ausfallen eigentlich krank sind für eine woche oder zwei scheiße essen weil sie nicht mehr kalorien reinkriegen trotzdem aber so gut regenerieren dass sie wieder ins training gehen und auf einmal plötzlich deutlich mehr bewegen als vorher und das geht eigentlich gegen alles was wir im bodybuilding so kennen und verstehen weil wir sagen okay wichtig ist frequenz da kommen auch leute um die ecke doppelte frequenz zweimal die woche beine trainieren oder dreimal oder viermal bei irgendwelchen weibern und irgendwie passiert das nicht und dann haben wir noch so ein anderes extrem was auch immer im hinterkopf ist dann hast du beispielsweise ein dorian yates oder ein mike venster der gesagt hat ich gehe viermal die woche trainieren und ich brauche pausentage und die haben sich im training so zerlegt dass sie die pausentage gebraucht haben bestimmt hätten die auch mit ihrem mindset in allem drum und dran hätten die auch safe fünf sechsmal die woche trainieren können haben aber gemerkt irgendwie passt das nicht und tatsächlich ist es so für mich ist es in der offseason der 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 größte wie soll man sagen faktor der übersehen wird ist einfach die regeneration wir reden zwar immer drüber aber irgendwie sagt dann jeder ja schlaf besser und so weiter aber wenn dein schlaf gut ist du gut ist und du auch noch irgendwie bodybuilding leben kannst du in deinem fall was willst du noch mehr machen du hast ja schon alle stressfaktoren minimiert das heißt das einzige was du jetzt machen kann es ist den 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 stressor zu reduzieren und das ziel ist ja im endeffekt okay wir wollen einen reiz setzen und wir gehen immer davon aus dass dieser reiz sich so compounded wir haben jetzt zwei sessions in der woche oder wir machen fünf trainings oder wir gehen ja immer auf dieses wochenmodell was ja auch eigentlich maximal dämlich ist der körper kennt keine sieben tage und es ist oftmals so dass du durch längere pausen auch wenn du deinen körper irgendwann gut kennst deutlich mehr performance heraus holen kannst du hast beispielsweise jeder macht montag training dienstag training mittwochpause donnerstag training freitag training samstag pause sonntag so ein rollierendes ding durch die meisten wenn du komplett frisch bist kriegst du das drei vier fünf wochen hin und dann wirst du schon merken okay progress wird langsamer irgendwas passt jetzt nicht okay ich muss noch härter im training pushen ich muss mehr kalorien essen was auch immer der einfachste switch ist was ich auch mit den jungs noch mache mädels auch die ich noch im coaching ab die haben von mir alle reingedrückt bekommt du trainierst und dann machst du einen tag pause das ist das einfachste um erstmal von diesem kopf weg zu kommen ich muss jetzt trainieren ansonsten mache ich kein progress weil das ist ja das wir reden zwar im schlaf wächst aber faktisch gesehen hält sich keiner dran und dann kommt das irgendwann so weit dass die trainingseinheiten durch dieses on off immer härter werden dann können die auf einmal wundersamer weise haben sie hinten raus mehr leistung das ist der erste punkt der kommt so a hinten raus ich krieg doch noch ein pr in den letzten zwei drei übungen und dann kommt der nächste tag dann kommt die wand und man ist auch fuck ich bin ganz schön kaputt und irgendwann wird die intensität in den trainingseinheiten so hoch dass sogar oftmals ein tag pause gar nicht reicht und dann ist es so dass du gucken musst okay natürlich welche muskelgruppe trainierst du wenn du jetzt beine trainierst du hast dich komplett aus dem leben geschossen reicht oftmals ein tag nicht theoretisch könntest du push trainieren alles gut aber der nervensystem passt nicht dein körper ist immer noch belastet du machst noch einen tag pause du kriegst direkt wieder ein pr und in der diät sehe ich das ein bisschen anders weil du da halt eben versuchst auch kalorien zu verbrennen über das training aber in der offseason sich tatsächlich frequenz als den allerbeschissensten faktor an um wirklich progress voranzutreiben vorausgesetzt die intensität ist so wenn du so warte bäuschchen training machst und machst hier so reps und reserve so fünf aria sätze wo du gefühlt nebenbei die schuhe zu binden kannst du dann kannst du auch zweimal die woche trainieren du hast faktisch gesehen keine effektiven wiederholungen du hast nichts was irgendwie in wirklichen reiz gesetzt hast dann brauchst du dieses compounding um vorwärts zu kommen ich finde es wichtig was du gerade erwähnt hast auch mit der diät weil ich finde da ist tatsächlich in der diät hast du weniger kalorien deine regeneration ist an sich schlechter warum würdest du dann sagen hier erhöhe ich die frequenz oder trainier öfters ich weiß du hast meint es jetzt gerade diese fettverbrennungs faktor aber in der diät willst du ja alles tun um deine muskeln zu halten weil die compliance nicht da ist wenn du jemandem sagen würdest fast pass auf du gehst in der diät viermal die woche trainieren der guckt dich an genau so der wird niemals denken das passt nicht du kannst ja in dem du kalorien modulierst und einfach cardio anpasst oder irgendwas anderes kannst du trotzdem das gleiche defizit erschaffen nur das wollen sie nicht zumal auch ein wichtiger faktor ist beispielsweise bei meinen kunden und sowas in der aufschießen bin ich immer hart am baby das heißt die haben wenig intus das ist okay der körper hat nicht die chemische das chemische back up was du beispielsweise in der diät hast und wenn du dann sowas hast wie ein trennen oder irgendwie hohe mengen an wachstumshormon dann kannst du auch trotzdem mehr regenerieren aber ich bin sogar ziemlich sicher dass wenn du weniger machen würdest du einen frischeren look hättest du deutlich plastischer aussehen würdest und deine condition auch eigentlich gar keinen großen unterschied der faktor ist dein essen ja und nicht wie deine wieder eine trainingsintensität ist dein training ist ja in der diät dafür da dass du das kaloriendefizit noch weiter pusht was du eigentlich mit der ernährung herbeiführst aber das wird keiner machen kannst kannst du keinem wettkampfathleten gehen und sagen die du machst jetzt mal vier wochen vorm wettkampf der trainingseinheit der kriegst du kriegst das stimmt ja was deine meinung dazu also gerade zudem sage ich mal diet stil dort mehr zu machen obwohl man in der offseason theoretisch mehr regenerative kapazitäten hat tatsächlich sehe ich es anders als alex ist auch okay also ich finde auch hier die meinungen wichtig dass man auch differenziert einen ansatz findet bei mir ist tatsächlich dieser gedankengang ich komme aus einem hyperkalotischen zustand mit sehr vielen kalorien sei es eben nicht als ein kreis musikathleten der zu mir gekommen ist mit 7.500 kalorien aus der offseason und er sein gewicht gehalten hat vermutlich einfach der körper hat es nicht mehr richtig gewertet dann kommt es mir an genau haben gesagt okay gehen wir in cut und performt geht immer noch hoch von uns geht immer noch hoch er wird immer noch stärker wir hatten die kalorien weiter ich habe fett wird nicht verloren okay wir hatten weiter wir hatten weiter wir hatten weiter wir sind jetzt mittlerweile vier wochen haut und sein von 10 ist immer noch so hoch wie noch nie also er kann immer noch gas geben er performt immer noch die sätze die er form muss wenn ich jetzt dort anfangen würde in dem vertigten zustand weil wir wissen grundsätzlich eine wettkampf wird die fatig auf kurz und lang gesehen erhöhen wir werden ermüden da kann man auch dinge eben einbauen wie ein die rot was jetzt in dieser sähne nicht so gerne gesehen wird aber ganz einfach gesagt einfach mehr ruhe partage für tag fertig also hört auf mit diesem dino try es irgendwie eine woche pauses und macht mal zwei drei tage immer auf und das thema ist auch da ich möchte bei dem standard den er kennt möchte ich hoch bleiben und sobald ich der person mehr gebe in dem vertigten zustand kann ich davon ausgehen dass die qualität hinten aus sich mehr trainiert das ist mein gedankengang die qualität die setze ich am anfang einer wettkampf vorbereitung zum ende hin einer offseason das ist der standard den ich halten möchte und sobald ich dort anfangen mit mehr mehr volumen mehr umfang sei es einfach mehr setzen in den spezifischen bewegungsmustern wird auch die ermüdung schneller da sein beziehungsweise sind die person wird mir schneller ermüden in den trainings einheiten das möchte ich nicht ich möchte dass die fatigue oder der person frisch bleibt in den trainings einheiten und vielleicht ist cardio mehr fatigue akkumuliert oder durch die schritte über den alltag das sind diese modulatoren die ich hauptsächlich verwende in einer wettkampf vorbereitung eben natürlich wenn ich wenn wir jetzt von einer bizepscore variante reden das wird natürlich eine möglichkeit sein gewisses maß an volumen zu akkumulieren aber jetzt hier mit einer squat variante oder hexquart so machen wir noch zwei setze in hexquart sagt ihr so hier nee mache ich nicht grundsätzlich also dieser gedanken okay ich möchte das volumen dahingehend gleich belassen sofern ich auch dem tschechner auch noch qualitativ hochwertige setze habe und auch die leistung tatsächlich so weit es geht noch mit nach oben ziehen ziehen kann das war ein wichtiger punkt und das ist das was was auch ein phänomen ist bei allen guten athleten das mache ich jetzt mit absicht gut weil die sich vorher nicht irgendwie kaputt machen du hast am anfang einer diät wenn du aus dem offseason kommst gerade wenn du back to back aus dem offseason also wenn du jetzt nicht mache ich beispielsweise mit leuten machen offseason fertig dann gibt es vier bis sechs wochen erstmal halbremse du gehst jetzt erstmal vom gas und kalorien runter und so weiter auch da ist es das gleiche also es ist bei beiden fällen so dass die sobald sie in die prep starten deutlich stärker werden und wenn du back to back aus der offseason kommst liegt daran dass dein körper einfach nicht mehr den stress hat von ich muss so viel essen verdauen das ist was was oft übersehen wird du hast wie du es gerade gesagt hast jemanden der siebeneinhalb tausend kalorien als classic athlete ist ja bei dem kommt nichts mehr an da kommen vielleicht viereinhalb fünf an der geht ansonsten nur noch größere haufen legen und das war's das sieht man ja auch wenn man dann in die diät startet und die zwei die kalorien um 2000 reduziert es passiert einfach gar nicht genau genau außer dass die leistung das ist das paradoxe daran und deswegen dass das ist immer so ein punkt dass man darauf achten muss bei mir war jetzt der gedankengang wenn jetzt jemand wirklich an dieses mindset rangeht ich hasse diese ich habe es heute zu viel schon genutzt mit dem gedankengang an alles rangeht ich muss mich jetzt vernichten weil das ist etwas was was top athleten haben die haben diesen hunger die sagen ich muss jetzt und christ ist doch das beste bei der konnte sich dadurch das cardio ersparen genau der drei stunden trainiert und das ist ob das so schlau ist lassen wir mal dahingestellt aber es hat ja funktioniert für den für den zeitpunkt und da muss man halt immer schauen vielleicht wäre es auch besser gewesen hätte ein bisschen weniger gegessen und weniger trainiert das ist aber alles hätte könnte das weiß keiner deswegen ist auch die hypothese nach dem motto ja okay wenn du jetzt nur viermal die woche trainierst wirst du vielleicht besser aussehen genau wieder fatigue management okay du kannst gucken du hast mehr rest days du kannst zwar im training wirklich all out gehen weil du hast ja auch den chemischen background dass du auch vom vom kopf her von der zündung her wirklich sagst okay jetzt passt auch wenn du irgendwie sechs oder acht wochen out bist und dann kommt irgendwann noch in tablettenform rein und das ziel ist ja eigentlich um auf das thema von der frequenz wieder zurückzukommen du willst ja irgendwo so ein kompromiss finden weil was der normal und nicht trainieren gehen will wie der hardcore bodybuilder zu viel trainieren das heißt wenn du normale saske sie mal die woche trainieren kotzt er und wenn du dem dem profi bodybuilder sachsen darfst du viermal die woche trainieren gehen dann rastet er drei tage in der woche aus und die wände einschlagen und so muss man halt gucken wie man wie man frequenz als 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 variable damit einbaut die nettis haben so gelöst dass sie sagen sie trainieren einfach mit gar keiner intensität ja das stimmt das ist leider oft der fall ja schau dir mal aj morris an oder die ganzen jungs aus uk die trainieren aber das ist aber dass ich auch die nettis ja ja das ist trainieren auch mit einem satz nur der macht hakenisch mit einsatz aber du weißt wie sie aus der hakenisch mit dann rausgehen und das ist eben dieser anspruch den ich auch habe an meinen athleten also kurz kurze verständnisfrage wie machen ein all out satz machen aber zwei beintage beispielsweise ja okay okay dann ist deren fatigue management okay gut jetzt verstanden also wenn volumen ist gering bei denen ja okay allgemein also volumen ist geringe frequenz dafür aber dem schlechten ja okay zwei aufgeteilt wenn wir uns auch die nettis anschauen auch eben ohne diesen chemischen background damit auch das betrachtet haben vielleicht können wir als enhanced mit so einem tab top back off satz oder zwei straight setzen pro übung bisschen mehr volumen akkumuliert haben um dementsprechend einfach dieses chemische was wir haben diese unterstützung die wir haben nochmals bisschen davon zu benefiten besser und nicht nur diese muskul-protein synthese und auch die performance im training aufrecht zu erhalten aber ein naturaler welcher mir einen schweren satz hip hinge movements macht sei es ich habe wir haben es gemacht bei tobi ja wie viele sätze waren das total total haben wir für den rücken acht sätze gemacht hat mir sogar erzählt wo wir waren zu dritt also die pausezeit war ja auch lang und nach diesen acht sätzen dachte ich wirklich okay also schon nach dem zweiten satz stiflekt hat er ist dabei ich tot ich war absolut am arsch aber das war dann auch wirklich absolutes versagen das muss man auch immer wieder sagen das sind ja so intensitätsfaktoren du kannst ja kurz versagen du kannst ins versagen dann bist du bei punkt null dann kannst du so gesehen ins negative gehen mit dem vor straps und so weiter genau einsatz und das war es genauso das ist ja das was dorian und co auch so versucht haben nach außen zu tragen du fühlst nur wenn du das damit viel volumen machst genau das geht halt nicht genau also es geht man muss man muss sagen bei manchen leuten funktioniert das siehe ein emir oder ein chris aber und das ist immer die sache dass man das große fragezeichen was wäre wenn genau ich eben ist ja ein teamkollege bei uns im team jenna so unglaublich ich habe und respekt vor ihm was er reitet seinem jungen alter auch da wird jeder trainieren können wie emir oder chris kall ich glaube die wenigsten haben dieses bindegewebe diese sehnen zusammensetzung dass sie das aushalten allgemein leben aus dem balkan meine familie meine vater meine mutter die haben alle sehr starkes bindegewebe also auch eben solche dinge wie bei uns und in bosnien in jugoslawien ex-jugoslawien damals so häuser bauen und das hat die familie selber gemacht so da wird eine heizung gefühlt mit dem arm genommen das ist sowas so und dann dem schlicht diesen genetischen faktor mitzunehmen und sagen okay du kannst das so in mir der dem schicht auch seine in kleine chestpress sehr sehr flach macht und vor allem eben ganz unten das gewicht bewegt bei den meisten anderen wird bei dem gewicht hier drauf lädt das weg also das gewicht kann nach der zeit erarbeitet ja immer nur hier und irgendwann würde da was abreißen bei sehr viel genau und dem schlicht den standard den wir bei athleten setzen können ist eine bewegung zu standardisieren die immer so gemacht wird und dann zum versagen zu führen dann einfach problem so das ist ja bodybuilding ja es wird ja immer so drüber geredet ich habe gestern habe ich noch reels gedreht habe ich genau das gesagt eigentlich ist bodybuilding wirklich mega simpel suchte übungen die dir gut passen lern das bewegungsmuster was ja schon einher geht wenn dir die übung gut passt auch wenn deine anatomie passt du brauchst ja nicht anfangen hier zu beugen oder hier kreuzheben zu machen wenn du scheiß schienbeine und kurs das passt einfach nicht und such dir die übungen aus wird so stark bist du irgendwann nicht mehr stärker wirst dann geh auf fehlersuche wieso wirst du nicht mehr stärker bist du nicht mehr stärker weil beispielsweise hilfsmuskulatur nicht mitkommen weil deine mobility nicht passt weil deine regeneration nicht passt und so weiter dein körper fängt ja nicht einfach an aus heiterem himmel zu mauern in ausnahmsweise nur einer einzigen übung die du vorher ein halbes jahr gemacht hast du perfekte motor unit recruitment hast weil du genau weißt wie du das eigentlich zu bewegen hast der läuft ja nicht einfach so in der wand da gibt es ja irgendwelche faktoren die man in diesem moment nicht sieht sei es dass irgendwas von der mobility nicht passt du musst mal stretchen du musst irgendwas anders gucken vielleicht ist dein load zu hoch irgendwas passt nicht so ein klassiker push übungen im brusttraining butterfly rennst du weiter aber push bewegt sich keinen millimeter mehr und dann musst du gucken woran liegt es liegt es in der hilfsmuskulatur dass die schulter nicht passt ist der trizeps zu überladen gewesen wo woran liegt es aber um aufs thema zurückzukommen mit dem bodybuilding ist einfach übung aussuchen progressiv trainieren rausfinden wenn du einen hold hast woran liegt es fix das und macht die scheiße weiter du kannst theoretisch mit einem trainings split von anfänger bis profi gehen wenn du das einfach nur gescheit durchgehst definitiv ich habe auch noch ein wichtiges thema zum beispiel bei mir war es lange zeit bei der in klein hammer ich konnte mich einfach nicht steigern und irgendwann dachte ich mir so ich nehme die übung jetzt einfach raus habe rausgenommen paar wochen was anderes gemacht dann ging es wieder oder jetzt würde ich so machen dass ich einfach mal vielleicht drei vier tage pause machen würde zum nächsten push tag und ich schwöre es euch ich würde mich wieder steigern und hätte dann im nächsten training auch wieder diesen progress also auch mal diese break nehmen ich habe auch mit chris viel geschrieben er meinte auch ich war jetzt die letzten zwei tage nicht trainieren und das hat er schwer gelernt genau und das training war wieder bombe und auch dieses volumen unterschrauben also im endeffekt diese frequenz die du jetzt gerade genannt hast ein tag training ein tag pause ist glaube ich für die allermeisten tatsächlich richtig richtig gut ja also ich denke dass es mit das beste was man machen kann wenn du wirklich progressiv steigern möchtest bis zu dem punkt an dem du wirklich deinen körper in und auswendig kennst ja also dass wenn du wenn du wirklich bodybuilding lebt und das jahrelang machst dann weißt du stehst morgens auf und weißt auf heute und du heute ein gutes training hast oder nicht mehr als normaler mensch klar es gibt immer die ausreißer du denkst du hast ein scheiß training da hast du doch kraft und gehst vorwärts aber da ist auch der mental aspekt riesig wie ist dein umfeld was passiert gerade und so weiter aber wenn du so in im einklang mit deinem körper bist und weißt okay mit zwikts hier mit zwikts da heute wäre nicht schlau ich bleibe heute heim das habe ich auch oft gemacht beim beinträgen genau füße hoch entspannen und ich sage immer es gibt immer das ist leider so normalo code gewesen bei mit normales normale fitness menschen also bitte nicht falsch versteht die sagen immer auch ein schlechtes training ist besser als gar kein training und das ist genau aber das ist das ist fürs bodybuilding kompletter schwachsinn ja es ist es du hast ja nur einen time frame du willst ja wenn du es aufteilst was 52 wochen im jahr das heißt du kannst eine muskelpartie 52 mal im besten fall trainieren so wenn du mit der mentalität reingehst jedes mal wenn ich trainiere muss ich höchst leistungen bringen wenn ich nicht in der lage bin höchst leistungen zu bringen brauche ich eigentlich auch nicht losgehen aber wenn du alles darauf auslegt was du ja machst wenn du bodybuilder bist diese höchst leistung zu bringen und du kriegst sie erstens ist das für deinen für deinen kopf legendär weil du fast 52 wochen am jahr jedes training besser 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 und du achtest viel mehr auf dich da ist auch die verletzungsanfälligkeit viel viel geringer weil gerade diese trainings wo du dich hinschleppst ist oftmals so okay eigentlich bist du mit dem kopf woanders du merkst dass es zwickt du bist schon vorsichtig achtest drauf aber es gibt genug verletzungen was gesagt hier hammer was du drückst sechs oder sieben platten was auch immer fünf sechs ja so und dann ist es so dass leute bei drei platten sich plötzlich verletzen ja was faktisch gesehen eigentlich wenig sinn macht also es ist unlogisch aber wenn du dir das dann anguckst dann ist die form schleifen gegangen lieber im kopf nicht da bindegewebe hat nicht gepasst irgendwas war entzündungsmarker waren zu hoch passt nicht für leute die wirklich entwickelte athleten sind ist das absoluter non plus ultra lernt euren körper kennen macht bewegungen die ihr könnt und scheißt der frequenz geht dann wenn ihr euch gut fühlt und dann holt ein pr nach dem anderen dann ist es nur eine frage der zeit also wie du schon gesagt hast bodybuilding also ich versuche es auch immer meinen klienten zu erklären bodybuilding ist simpel du musst einfach ins training gehen progels machen und ein reiz setzen der höheres als beim letzten mal und dann wirst du auf lange zeit wachsen das ist ein gesetz normalerweise so ist es wie calories in versus calories out der rest ist halt am ende des tages genetisch bedingt so wie schnell in welcher rad kann jemand wachsen natürlich auch wenn jemanden gramm zwei oder drei drin hat das natürlich auch wieder unterschied aber grundsätzlich von den faktoren ausgehen die standardisiert werden können wir können alle trainieren wir können alle gas geben können kalorien zuführen und erhöhen wir können dahingehend diese faktoren manipulieren genauso wie in so einem schlaf aus dem schleich noch die auch achten darauf dass wir den schlaf mit dieser trainingsfrequenz beachten wenn du gas gibt in einer session wenn du all out ist dann sollte das auch wieder passen also da sollte auch wenigstens das genügend priorisiert werden was wir jetzt noch nicht angesprochen haben sie natürlich in diese progression schemas ich bin halt ein fan davon zu sagen okay ich sehe die person ich sehe auch den progress einer person und ich sehe aber auch dahingehend wenn sie stagniert nicht nur den punkt vielleicht an technik sondern natürlich auch ein großteil bei den kalorien wenn die person langfristig nicht progressiert oder vor allem in der woche nicht progressiert dann bin ich dem ansatz geschuld dass ich sage okay wir hören die kalorien weil das ist eben der faktor der mit dem trainingsumfang oder dem total volumen pro trainingseinheit der sukzessive hoch geht über die ganze 252 wochen die wir gesagt haben sollten auch über diesen zeitraum die kalorien hochgehen und falls unterstützt der laut klackler genau aber da reden wir nicht von ja jede woche 200 milligramm so da hätten wir also das jetzt wirklich da kommt jetzt wieder auf dieses ultra minutiöse an da kann so von 50 bis 100 milligramm machen so und bei 50 bis 100 milligramm da wissen alle dass da passiert was ist jetzt dass du 30 kilo schwer wäre es nie aber dass das lot das ist das was der körper zu vielleicht zu dem zeit braucht auch wieder über die zeit genau muss ich unterdenken ist das video ist ein bisschen mehr als frequenz geworden ist ein bisschen mehr geworden aber es ist ja gut weil das ist mal comprehensive ist mal alles zusammengefasst das ist auch ein punkt viele machen das mit den mit den kalorien anhebungen oder mit 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 musierungs anpassungen falsch im sinne von große sprünge da habe ich auch mit max drüber geredet der hat auch immer wieder größte sprünge machen ich habe mit vielen leuten jeder der bei mir im coaching ist der kriegt irgendwie so ein update der die woche 30 gramm kohlenhydrate mehr so auch 50 gramm kohlenhydrate mehr sind es meistens so 200 kalorien gewicht stagniert kraft steigt nicht mehr so 200 kalorien genau schön langsam und oftmals die sind sind protein und fett irgendwie gleich diesen stehen weil ich weiß okay gut ich kann ihm jetzt noch 20 gramm protein mehr geben scheißegal ob du jetzt 280 oder 300 frist das wurst lass einfach weiterlaufen sie zu dass über 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 die carbs die die leistungsdichte erhöhst und das funktioniert dann hast du noch auf siehst du hast anfangskalorien das von 3200 kalorien du weißt okay wir machen jetzt 20 wochen so und du gehst davon aus er fängt bei 32 an irgendwo bei so spätestens fünfeinhalb wird schicht im schacht sein da wird die verdauung weg fliegen das passt dann kannst du immer gucken okay passt das passt das passt das vielleicht kommst du sehr schnell an die fünfeinhalb hoch weil es einfach wirklich gradlinig mit geht und dann ist so der punkt wenn ich merke ich kann über kalorien trainings anpassungen nicht mehr viel progress rausholen dann fange ich persönlich an an die dosierungen zu gehen und sagt okay wir gucken jetzt mal ob wir da was hinkriegen für mich ist es immer schwierig geworden gewesen beide parameter gleichzeitig anzupassen weil dann weiß ich nicht woran es liegt dass wir in der diät genau du reduzierst nicht sein cardio die kalorien und höchst zum beispiel klemmen sondern du machst eins nach dem anderen außer du kennst den seine ewigkeiten dann weißt du okay dann so und so dass es die 1 bis 1 ist 3 dann weißt du gehen da können wir ein bisschen zeit einsparen aber wenn du wirklich zuerst kalorien versuchst zu pushen das ist immer meine approach gewesen weil das davon die meisten leute angst die meisten leute haben angst so viel zu essen weil sie denken sie verfetten und dann ist mal fünfe und halb tausend kalorien und dein gewicht steigt aber du wirst nicht fett oder die trainings performance steigt und das ist so der augenöffner und dann kommen aber wie gesagt verdauungsproblematiken und so weiter dann sage ich okay wir haben noch vier bis sechs wochen bevor deine verdauung so weg geht und dann sage ich okay jetzt gehen wir mal hoch jetzt kriegst du mal was ich 30 40 prozent increase in allem wir gucken mal was passiert dann kriegst du so das letzte hurra und dann kommt wirklich die mauer und dann gibt's mini card trt chillen vier sechs wochen wenn gesundheitsparameter passen und dann machst du die show so weiter aber auch da können noch die leute progressieren alex in der in der trt machen die meisten ja noch mehr progress als in dem in dem peak aufbau und das ist für alle immer so maximal mindblowing genau also ich noch zu dem thema angesprochen hast man kann ich alles anpassen nach oben und nach unten ich glaube auch dahingehend ist ganz ganz wichtig wie viel kommuniziert ein athlete ich hatte mit einem athleten letztes jahr der der novice die also also gesamte gemacht hat und dann in der in der bis 100 kilo klasse den zweiten gemacht hat in acht wochen 18 abgeworfen und das steht es geht also es geht es geht also ich wollte sagen mit dem pk viel mehr aber grundsätzlich wenn du gas geben musst dann musst du gas geben und da ist halt auch dann wie viel also wenn du täglich kommunikation mit dem kunden auf einem hohen standard hast wie viel gibt es dir an gibt es dir die wichtigsten dinge in kurzfassung an dann kannst du auch schnellere changes machen also dahingehend kommunikation vom athlet zum coach ist dahingehend ultra ultra wichtig also auch vertrauen ja das 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 ist der 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 größte punkt gerade wenn so enge zeitfenster hast ja und dir geht der arsch aufgrund gerade wenn du auch noch irgendwie beruflich darauf angewiesen bist du bist ein profi oder wirklich wo du sagst okay ich muss jetzt abliefern dann kommt wieder kopf und das ist deswegen coaches sind ja eigentlich dafür da dass du in der kürzesten zeit das maximum rausholst und das ist ja was was viele nicht verstehen nach dem motto das ist irgendwie so wir kochen alle mit anderen wasser und hier ich hab mein magic das zum dreimal es ist im endeffekt so du brauchst jemanden der so viel erfahrung hat oder auch so wissend ist selbst wenn er keine erfahrung hat ich hatte genau das gleiche ja man weiß in der theorie was man macht man muss es nur abgleichen und dabei fallen dir dann dinge auf oder sagst okay in der theorie hätte jetzt das passieren soll in der praxis irgendwas anderes ist die variabel dass er gefressen hat hat er nicht scheiße okay muss ich kurz nachdenken kurz nachgedacht okay liegt an dem und dem keine ahnung nie das runtergegangen was auch immer er sitzt den ganzen tag nur rum war doch immer das sein mag und das ist der der casus knaxus von dem scheiß coach der coach ist dafür da dass er wenn was schief geht sofort da ist und das ganze ding umreißen kann oder dich vor dem vor den fallen im endeffekt bewahren kann und wenn jemand es hinkriegt dich in acht wochen ready zu kriegen das ist scheiß schwer also das verkacken 99 prozent der leute weil das das ist das ist so viel micromanagen zu gucken wie ist deine fatigue wie ist deine trainingsleistung wie ist deine verdauung wie ist dein essen wie ist dein gewicht wie stehst du morgens aus was passiert in deinem leben hast du irgendein problem familie gut freundin gut passt das das sind alles die liste hört irgendwann nicht mehr auf und dann kommt irgendwas dazwischen ach scheiße ich muss mit dem hund muss ich zum tierarzt die freundin das dass das so und dann musst du sofort schalten so okay vergiss es heute brauchst du nicht trainieren gehen aber wieso du gehst nicht trainieren fertig ist bescheuert du wirst mehr schaden als es dir bringt und ich höre tatsächlich auf meine athleten jetzt zum beispiel den pascal den ich gerade vorbereitet der übrigens verdammt gut aussieht alter halleluja aber der hat mir jetzt heute auch geschrieben ich bin komplett im eimer ich so rest day und refeed er hat er kann gar nicht mehr und dann muss ich da natürlich direkt ein bisschen das gras raus wenn du wenn du athleten hast die auch offen ehrlich so mit dir kommunizieren es ist halt immer schwierig ich kenne es von mir selber aus der prep max sagt das und das und ich sage so nee ich kann noch ich kann noch und ja ich kann noch und innerlich denke ich mir so nee ich kann eigentlich gar nicht mehr aber ich will nicht versagen und ich will auch nicht ich will nicht schwach wirken vor ihm ja ja das ist das ist so ein punkt das ist ja sowieso immer ein bodybuilding und ego wenn man die hat die dicksten und was auch immer und das das darf man nicht machen aber du musst vor einem coach die hosen unterlassen das ist halt das problem was was diese coach auswahl auch so schwer macht weil du musst jemanden haben dem du so vertrauen kannst du jetzt war eine autoritätsperson ist dem aber sagen kannst pass auf ich fress schon nägel die bei den backsteinen kann ich nicht fressen dann bin ich exitus deswegen geht nicht und dann auch zu sagen okay genau dann zu wissen wann man pushen muss wo man jemandem sagt hör auf zu jammern sie zu dass du jetzt machst und sagen okay du bist am ende genauso jetzt wie viel das spielt sich über die zeit ein und da braucht man auch die erfahrung dafür zu sagen ich sehe das man sieht das auch bei den check-in bildern wenn du gerade irgendwie ein paar wochen out bist du kriegst entweder daily check ins oder alle zwei drei tage und du siehst so zwischen drei tagen siehst du plötzlich so tränen säcke ohne ende du siehst du das wird ihm die die seele aus dem leib gegangen du guckst ihn an die nächste was mit dir passiert ja war ein bisschen härter die tage ein bisschen härter du siehst aus drei tage meth durchgenommen und ja das ist genau das aber deswegen ist das coaching auch immer noch so wichtig deswegen hat auch jeder der was reißt einen coach weil du verlierst diese objektivität und du kannst es einfach nicht du kannst so gut sein wie du willst durch eine einzige person die es aktuell kann das ist der john jewett und der mann überanalysiert wahrscheinlich sich selbst jeden tag meine excel liste die roman kriegt auch hin der roman auch aber roman hat das schlau gemacht und roman sucht sich immer eine zweite oder dritte meinung stimmt ja und das ist aber auch der richtige weg weil wenn du das selbst machst du bist ja nicht objektiv du weißt dass du nicht objektiv bist und dann kannst du sagen was sagst du dazu aha okay okay passt ich habe den input mit meinem eigenen abgeglichen ich könnte aber noch pushen der sagt tust nicht rede ich mir noch ein der sagt auch tust nicht jetzt ist 2 gegen 1 okay ich mache es mal nicht das ist gar nicht schlecht das ist ja das problem was du hast wenn du dich selbst coach du musst losgehen du musst die input holen von anderen weil irgendwann geht es nicht mehr das ist auch leute die sich selbst coachen die haben meistens ihre partner die ihn helfen beim john jewett ist es auch seine frau marien war so wie die haben die entwickeln ein auge dafür und die sagen die du siehst heute nicht gut aus das machen wir nicht was dann das schwierige wird für uns coaches wenn die athleten dann von anderen coaches an die meinung anfang einzuholen das kennt man oder habe ich vielleicht auch schon gehabt story of my life so als halber ghost coach meine meinung hat sich tatsächlich ein bisschen dazu revidiert im sinne von wenn ein wenn er geht etwas beispielsweise eine anweisung bekommt mache jetzt mehr cardio und dann sagt ich fühle mich aber damit nicht wohl und sich dann eine andere meinung einholt aber nicht mit dem coach redet dann ist es für den athleten in dem moment eine doppelte absicherung aber das problem ist dann nicht dass ich bei jemandem anderen die input den input holt sondern dass er sich nicht traut mit seinem coach zu reden aber das ist vertrauen genau das ist so das ist so das was ich mittlerweile sehe das ist und zwei medaillen ding und optimal wäre es wenn man einfach sagen würde pass auf sehe ich nicht so geht nicht aus den und den gründen das problem an der sache ist dass das oftmals auch von nicht austrainierten athleten kommt das heißt du hast leute die eigentlich nur ein easy way out brauchen die sagen ich kann nicht mehr und wollen cheat day oder whatever und dadurch verschwindet das alles in so einer grauen masse weil wenn du wirklich high end athleten hast die wirklich dafür sterben würden dann ist es viel schlauer direkt mit dem zu kommunizieren und dann muss man sich nicht darauf vorgesehen ob irgendjemand ausnutzen will wenn ein paar bürger mit pommes fressen ja dahingehend das ist das vertrauen grundsätzlich grundsätzlich dieses ding mein coach sagt mir ich mache das ich soll das machen und ich mache jetzt nicht das und red mit dem und dem drüber und dann mache ich das was der sagt wieso das ist das problem ist dann bist du am ende und du hast verkackt auf wen bist du jetzt sauer auf den coach kannst du auf dich sauer sein weil du selbst so blöd warst du hast die drei meinungen eingeholt anstatt dass du dich mit deinem coach hingesetzt hast ja das pass auf die pappnase ich finde das scheiß idee aus denen und den gründen wenn er gut ist sagt er dir damit zwei optionen ich erkläre es dir oder er sagt er auf mich zu nerven das ist leider auch aber dann ist einfach so ja genau einfach so mach einfach genau man muss aber auch manchmal sagen wenn du so nervige athleten hast du es sind einige da draußen muss man ich koche nicht mal ich darf es ja ein paar leute richtig brutal auf die nüsse gegangen und dann erzählst du denen das oder du machst die prep fertig und dann erzählst du ihnen nachdem ich hatte keinen bock jetzt das und das das zu erzählen ich habe gesagt halt's maul und mache jetzt einfach das problem ist auch wenn du dann nicht weißt was du tust du verkackst es dann hast du doppelt geschissen hast du nämlich gesagt er soll machen und das war der fehler ich schreibe vielen leuten wenn die mir auch pläne vorbeischicken oder zuschicken sage ich immer wenn du deinem coach nicht vertraust dann ist es nicht der richtige coach ich kann dir meine meinung zu seinen plänen sagen aber das ist nicht das was also das bringt dir im endeffekt nichts weil du vertraust dem coach sowieso nicht dann komm doch direkt zu mir ins coaching wenn du mir sowieso mehr kompetenz zu ja mut ist als jetzt deinem coach sonst würdest du mich ja nicht fragen ja gut ich glaube wir sind durch von dem podcast einfach wissen ist ein bisschen mehr geworden ja definitiv so freund ich hoffe euch hat das ganze gefallen wenn ja dann lasst ein like da schaut auf jeden fall bei anna die coach of wolfs vorbei aber ich kann ja sowieso schon mich kann ja auch auf dem 10 bei big son du kauf einfach bei apm aber braucht ich freue mich ja oder bei gigas bei gigas mit wolf guck mal wir müssen uns hier nicht gegenseitig die köpfe einschlagen das ist ein bisschen kann man aus ist dann fängt an messer und messer ich beide weg macht's gut tsch 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 tsch